nach kommst du ach mein Fuß einfach her komm nach schon mein Freund dann machen wir den zweiten Vorsprung für den Hütten aber gar kein Alarm auslösen das ist natürlich nicht unbedingt was für den Gags aber schnauze 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 nicht schrei nicht schrei nicht schrei du auch leise 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 nimm ihn pack ihn ah fuck ich hab doch spring über ihn drüber und jetzt pack ihn dir pack ihn dir leise 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 so kein Alarm auslösen Leute immer mit der Ruhe hier ach warst du das? steht auch der Name da mit dem wenn du rängst oder so coole Sache dann machen wir weiter also jetzt haben wir ein paar getötet ok die gelben äh die schützen durch Schleichtötungen ok ja ja da bin ich immer noch dabei das heißt nein nein nicht hier rund Alter spring runter lass dich fallen lass dich jetzt häng ich hier fest lass dich doch fallen ok versteckt dich wenn der Aufwand hat der ist hier dann ist er auch hier gut auch hier ist noch so ein Zeichen geh doch hier mit dem äh genau eins tiefer jawohl jetzt kann ich hier rüber ja holen wir uns direktes Zeichen ne ja machen wir mal hier wenn wir schon da sind kriegen wir noch was hin da wird es wieder das Bild wird klarer es zeigt was sich zugetragen hat und was kommen mag wenn wir über die Schmerzen ja ist ja wie bei Last of Us auch diese eine Sicht ja ich kenne das mit den Feinden komm her schleicht hier jemand herum aber die Schützen sind sind die gelben die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen welche genau das sind das sind nämlich die Speerwerfer schützen müssen glaube ich die Bogen das sind naja ich habe die falsche Taste gedrückt geh wieder runter Ruhe ruhe ruhig ruhe 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 ruhig naja jetzt kommt viele Scheiße weg ich häng da fest fuck alarm ist ausgelöst naja ok ich hab y gedrückt für brutale Tötung schon x für die schleich tötung da mission gescheitert kommen ja dann machen wir folgendes scheiß auf diese dinge ich mache mir erst mal so zu schaffen sprich diese blöden sein kürz machen wir schon aber ich muss diese blöden dinge da finden diese schützen einmal falsche taste ist vorbei weil y zelon ist brutal hinspringen und abschlachten und x ist bei mir halt einfach nur so diesen vorsprung kill ich glaube die mission in das zweite maske 100 punkte weniger von daher ich muss erst mal schauen wer so ein schütze da ist jetzt kann ich die kann man doch gar nicht drehen also ja super da hat nicht ich wollte doch wenn wir versucht mit fallen ich komme dann ne da passt und du durch hochziehen auf geht's stelle ich hin ja das glaube ich langsam auch hier ich komme da echt nicht hin ohne scheiß der pfeil geht da nicht durch das ist so ein der nicht töten muss sowieso auf jeden fall zack yay ok einen von denen habe ich schon einen moment wenn sie sich noch in sicherheit im nächsten sind sie nichts als futter für die kräfer aber echt heftig wie viele arten man hier die leute töten kann ich meine ich habe jetzt kaum irgendwelche story mission gemacht aber es dauert bestimmt lange jetzt halt komm her mehr kleiner da sind ja mehrere egal und hat der andere nichts gesehen natürlich hab er nichts gesehen gut dass die mauer hier größer ist ich habe nur nicht entdeckt werden so darf ich nur nicht entdeckt werden dies ist das bessere deutsch wie viele hier diese köder hängen so soll ich mich nicht dahin porten ohne silent kill aber auch ich könnte ja meinst du gehört das oder sich jemand anders sieht das wenn ich jetzt hier hin ist es ist es hier sein genug wenn ich hier jump geht das hier nicht nicht du nicht da alter du sollst hier einfach war hier ist keine das hier einfach auf den guten geld solange noch so könnte ich theoretisch mich fallen lassen hier komm her hier so und dann könnte ich ihn direkt schon töten oder oder bei euch muss ich jetzt noch da warten ne ok anlocken muss ich auch noch halt der ist der speuth und passt zack ok da ist ein roter da vorne mal hier trotzdem mal kurz hoch kann ich ja nämlich schauen was hier so abgeht da hinten sind noch die schützen wie komme ich da hin am besten um entdeckt zu werden von unten oder unten durch den graben da hoch ok dann lass uns mal da gibt es eine fähigkeit dass du darüber huscht ne passt meine das schleichen ist interessant ist gut aber schlachten macht doch schon mehr spaß oder jungs und mädels einfach schlachten gegen 20 orcs gleichzeitig und dann einfach verrecken wir müssen uns mit niemandem zusammenschließen wir können unsere probleme selbst lösen komm runter 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 und noch mal immer wieder runter hier so was mir sorgen bereitet sind sind diese hier dann können sie mir sagen wie ich meine waffen vergeht den logisch her dann kann ich rüber ich schätze man hätte mich gesehen wenn ich an der mauer rum gekrochen wäre auf der Seite komm her komm her komm her aber nachher machen wir wieder action mission erstmal bisschen schleich machen wir nur so abwechseln ein bisschen schleich bis in action mission dass sie nicht immer so eintönig bleibt oder wird oder so ähnlich nein nicht runter 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 nicht schlachten am hund genau schlachten zerreißen fetzen beißen alles geht ok die müsste ich die sehen die mich nicht da das ist mir mal kurz ich muss auf die an der mauer auf die an der seite oben rüber jetzt hat ich muss auf die mauer ist da noch irgendwo jemand der mich sehen könnte egal aber nur ist noch an ganz schön auf geht's einmal höher noch und anlocken auf geht's komm her gut 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 das was zum essen gibt's lecker doggy zack der andere auch noch schleicht da jemand umher nein echt falsche falsche taste falsche taste woher ich wollte noch mal herlocken bin wieder da ist driver essen musste noch lernen alles klar ist wichtig essen sehr wichtig lernen noch wichtiger wb mein freund ich habe jetzt wieder y gedrückt y drücken ist herlocken und x ist dann kill wenn er zu nahe kommt dann tust du ja in schlachten wenn ich jetzt an der wand rumkriege wie so ein verrückter komme ich dann dahin ich könnte auch oben machen hier sieht mich einer hier unten ist ein ort und da sind auch welche aber ob die das sehen ja das ist halt dieses hinrichten das ist eigentlich oh das kann ich ja nachher nochmal öfters machen einfach hier vernichten jetzt halt hier sieht der andere das ne oder nichts passiert alles gut da war nichts also ich weiß ja nicht was du oh was du gesehen haben willst da ist nichts wenn ich jetzt darunter schwinge und den kill sieht mich jemand aber schau mal ich schmeiß ihn runter ich schmeiß die leiche direkt neben den ob das funzt ob du da nicht auch irgendwie und der andere fragt sich schon hier was da los hast du das gehört schau mal es fliegt die leiche neben den anderen was macht der da unten der macht gar nichts ok jetzt muss ich noch zwei killen sprich sieht mich hier jemand da hinten ist noch einer ob der könnte mich sehen von da hinten wie macht man das leute kann ich da ringsherum kraxeln sie mich nicht der typ ist direkt daneben wo vor sich geht wir na, 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 na 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 keiner sieht mich hier und du mein freund kommst mal her und schau mal wie es dir so geht okay noch noch eine nein da war kein geräusch bitte nicht ja das hast du dir eingebildet mein freund da war nichts auf jeden fall nein 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 gibt nichts zum riechen ich habe mich ich habe mich geduscht ich sollte weniger gott trinken ich höre schon stimmen ich hoffe du hast recht kommt jeder um die ecke wieso was soll das er geht nicht um die ecke leute nach hinten springen und du kennst ihr wollen noch einmal tiefer muss ich aber der müsste mich ja so sehen der eine komm schon näher da haben wir es geschafft jetzt geilen zeitlupe hau doch schon mal an hier voll interessant hier jo jack das ist schon ein zufall dass die jetzt auch das machen habe ich ja gesagt finde ich nur sehr sehr feige hier reinzukommen zu spielen und dann selber das gleiche auch zu machen aber aber